Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode Hearthstone heute mit dir Fabian So und wie ihr unschwer erkennen könnt Machen wir heute das Kartenchaos Nervotron gegen BoomBot Und wir hatten gerade schon eine Runde aufgenommen Jedoch war der Komiteerstil richtig schlecht Und Fabian kennt halt Dieses Kartenchaos nicht Deswegen habe ich ihn erstmal ein bisschen einspielen lassen Er hat auch den einfacheren Charakter Meiner Meinung nach ist es mit Nervotron einfacher Aber das kommt halt ganz auf die Person an So Und dann würde ich sagen, mache ich erstmal Das Oh So Das ist so blöd Oh, macht der das? Mach der das Oh, die Kombo Kommt richtige Kombo hier Ähm Okay Die Münze Münze muss, ne? Ja, komm Na, was kommt jetzt? Kombo Oh, der Spinnenpanzer Your face Ich kann nicht ein Nice Toll Machen wir mal so Und jetzt ist das Ding auch schon gegessen Ich glaube, du bist ein Das Spiel ist, glaube ich, ein bisschen zu laut Laut? Ja Hä? Was spielt ihr jetzt? Ja, nicht so viel Spiel Leider Aber was machst du denn auch? Oh, ne Dina Oh, ist das wasty Ja, hab kein Dauer So Ähm Gibt's erstmal nichts Großartiges zu machen Ja, ja Ja Hast du keine Dina oder so? So, jetzt schon so Oder so Ja, dann Kleg die mal Ja, warum hast du nicht vorher gespielt? Ja, weil ich den gerade erst gezogen hab Achso, Topdeck Okay RNG, steh mir bei Nein Toll Nice Dankeschön Als ob Boah Weißt du, das regt schon wieder so ein bisschen auf, ne? Diese RNG von dem Spiel ist schon ziemlich gut Also das heißt, dass es random ist für die Leute, die es nicht kennen Ja, ne? Ähm Eingriffsmodus Oh Er kommt jetzt. Überlege. Oha, WTF. Übelst krank stark. Oh, oiski polski. Das wird jetzt aber schon problematisch. Das ist so, ne? Ja. Erstmal. Jetzt pusht er sich wieder hoch. Ja, muss ich ja machen. Muss gar nichts, ne? Ja, doch. Schon. Alter. Schade. Ah, das sieht gar nicht gut aus. Oh, ne? Äh. Bäm. Bäm. Mh. Was schiebt? haben wir trotzdem noch leicht gemacht leute weil er will immer ein schrott bot killen kurz und schmerzlos ich dachte dass es so lief so mist aber ich direkt sagen weil das nur fünf minuten waren das wäre schon ein bisschen wenn ich das bringen würde machen wir noch eine runde kommen ich will die ultimative revanche entweder mit einem helden oder gleicher hält und dann noch mal passieren einmal mit bombard ok dann gucke ich mal dass ich jetzt irgendwie was mehr reiße versuch mal dein glück so die starthand ist schon mal richtig gut ironie ok ja geht bei mir ist so naja naja gehen wir das erst mal dieser sound danke egal wichtiger feil gleich knallt hat sich das auch erledigt wer hat jetzt der rng und wieder sechs eingriff aber das mit dem sport ist schon ziemlich op und dem gottes schild ok jetzt gibt es ihnen wieder sport ok oh Ja, machen wir das mal. Oh, meine Aufnahme ist einfach abgeschmiert. Alles klar. Oh, Oprah fährt mir, Leute. Oh, schaut bei mir. Fabian bringt nichts zu schauen, Leute. Äh. So. Ich glaube, den nächsten Zug lege ich dann den hier und dann den. Dann habe ich wieder eine ziemlich gute Board Control. Weil wenn er irgendwas legt, dann kann ich doch immer das hier machen. Ich kondisiere gerade mal den Ton und dann schneide ich das hin und das. Das juckt mich nicht. Mach deinen scheiß Zug. Wö, mach hin. Ja, ist gut. Warte. Ja, zieh. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich chill. Ich chill gar nicht. Ich chill. Was? Oh, mein Gott. Please not so extreme. Oh, dann macht er ein Damage. Please nicht so viel, ne? Trink mit mir. Okay. So. Oh, versuch mal das irgendwie zu reißen jetzt noch. Ich will nichts sagen, aber oh, dir steht was ziemlich krasses bevor. Lol. Okay. hier. Maybe. Oh. Ich gucke Phys. Nico Phase? Ja. Okay. Ja. Money boy. Ja, schuld ihn halt. Oh, oh, oh. Na ja. So. Jetzt hab ich mal das Board Control. Easy. Na komm. Ja, ja, warte. Warte, 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 warte. Ich warte. Obwohl ich schon jetzt so gerne so einen antiken Heilbot hätte. Hallo. Na komm. Gibt es was zu tüfteln? Wenn du jetzt einen Mech schlägst, dann lache ich. Na komm. Wir haben überlegen jetzt. Man sieht es dir richtig an, wie dir die Karten durchgehst. Ich überlege, Alter. Oh, 50%. Oh, schade. So. Yo. Nice. So. Lassen wir erstmal. Die Waffe kann man immer gut gebrauchen. Ich glaube nicht, dass ein säurehaltiger Schleim, der die Waffe zerstört, da irgendwie ist. Also im Deck sein sollte. Oder irgendwas, was die Waffe zerstört. Glaub ich nicht. Harrison Jones OP. Oha. Please stop this. Das wird jetzt echt krass. Ich krieg dich die Kombo. Lack, Alter. Ja, komm. Fem. Ja, jetzt leg dir noch drücken. Du. Was kommt jetzt? Fanny steht alle Diener? Hast du das überhaupt? Vielleicht. Ich weiß nicht. Nee, ich glaub du hast das nicht. Nur ich hab das. Äh. Oha. Die Kombos. Okay, jetzt gibt's. Ist es lethal? Ja, es ist lethal. Es sei denn. Du machst es. Ah, okay. Dann ist es nicht lethal. Ich schau zu hin. Oh, ich hab mir keinen Supporter weggenommen. Wolle ich angeschrieben. Oha. Eingangshalle. Oh egal. Ouh shit. Oh shit. Yo. Ich zittet mich. Der hier noch ein. Ich bin doch den... Jetzt wird's lustig. Warte, jetzt wird's lustig. Ja, sein mal. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das ist so fehl. Ja, komm. Ja, mach halt noch mehr. Mach halt noch mehr. Komm, komm. Wow. Wow. Tretet näher und hört zu. Hört zu. Jetzt gibt's die wohl härte Serien G, die es gibt. Ich mach jetzt nur durch Zufall quasi. Und? Und? Awww. Gut. Dann hat jeder einmal gewonnen. Ähm. Dann Fabian. Fabi. Ja. Von welcher Packung soll ich das, ähm, Pack öffnen? Vanilla, äh, Goblins versus Gnob oder das große Turnier? Das große Turnier. Okay. Ich bekomme schwungvolle Hieb. Ich bekomme selten was? Äh, Totenschnitzerin. Okay. Oh, okay. Äh. Oh, ist jetzt nix. Oh, ne, ist okay. Gut, dann war's das auf jeden Fall mit der Episode. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zusehen. Und sagen Tschö. Bis dann. Und man sieht sich. Ja. Bis dann. Ja.